Doppelter sächsischer DSDS-Besuch bei Mirko und die Morgencrew. Unsere Erzgebirgerin Lisa Wohlgemuth, zweite der letzten Staffel und unsere neue Hoffnung bei Deutschland sucht den Superstar, Maxi Perez-Bosian aus Leipzig. Maxi hat bei uns bewiesen, warum sie in die DSDS-Live-Shows gehört. Jetzt heißt es Daumen drücken für Maxi und anrufen. Unter die 01379, 1001, 02. Weil ich habe das letztes Jahr auch für Lisa gemacht, weil ich ein total lieber Mensch bin. Hallo, hier ist die Maxi. DSDS ist meine Chance. Heute ist jede Stimme wichtig für mich. Dieser Anruf kostet 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. So, eine Stimme mehr hast du. Oh Mirko, du bist so. Danke.